Musik Und damit ganz herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Hitman Ja, das letzte Mal haben, oder hab ich zumindest ein wenig abgekackt Jetzt muss ich mich hier erstmal richtig hinsetzen, denn ich bin gerade erst aufgestanden Also, wir sind ja hier wieder bei Sanchez Und den müssen wir eliminieren Und da habe ich letztens mal ein wenig verkackt So, deshalb gehe ich jetzt einfach mal da rein Ja, das haben wir ja schon alles gesehen letztes Mal Und wir müssen ja irgendwie da hoch kommen Ich weiß ja nicht, wie weit man hier kommt Ich nehme jetzt einfach mal die Flasche So Und dann warte ich einfach mal, bis der hier fertig raufkommt Ich bin jetzt so lange wie der Sanchez zu Und, ja, also 9 Uhr morgens Ich bin echt krass aufgestanden Ich habe mir gedacht Bis von gestern, das kann ich mich einfach mal sitzen lassen Wenn ich so scheiße mit mir gespielt habe Ich hoffe, ich wollte jetzt gerade im Alter aufmachen Weil, soweit ich ja weiß, müssen wir da oben ja diesen Leuchtständer umschießen oder anschießen halt Und dafür müsste ich halt irgendwie da hochkommen Und dann halt noch irgendwie entkommen Dann sehe ich auch nochmal was Oh, da kommt eine Wache So, wenn der jetzt irgendwie noch fertig geraucht hat Ja, die werde nie gleich noch Ich glaube, irgendwie ist es immer das gleiche, was der macht Was der macht Oh, komm Oder kann ich dann einfach vorbei Oh, oh, ein Knochen So, ich muss doch bei dir dahinten sein Ich brühe, ich gehe einfach dann mal nach hinten Das war das, muss ich sagen Durch, durch Jetzt brühe ich das hier So Steine Nein, okay, loswerden Ja, soweit waren wir das letzte Mal auch schon So, und dann nehmen wir die diese Zeiten So, wo war denn die Wache Ach, hier So Schraubendreher Brauche ich auf jeden Fall Auf jeden Fall Jetzt kommt da oben so eine Wache Das weise ich jetzt auch Also die ist jetzt da Fließen die hier auf Und erdrosseln den So Den lassen wir jetzt einfach hier liegen So Sprengstoff scharf machen Für was weiß ich nicht Aber ich nehme es einfach mal mit Und diesen Schraubendreher Den brauche ich jetzt kurz für den da Das ist aber weggeflogen Dann nehme ich mal den Sprengstoff mit Für was weiß ich auch nicht Dann haben wir hier die Sniper Oh, oh, oh Okay, die ist auf jeden Fall besser Nein Will ich nicht Jetzt kommt der da wieder her Oh, 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 oh Oh, 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 oh Okay, passt auf Ich brauche gerade gar nicht den Sprengstoff Sondern ich brauche den Schraubendreher Womit ich den hier erledigt habe So, äh, äh, feinlassen Ich muss immer kurz gucken Hier Sprengstoff und Schraubendreher Denn Soweit ich weiß Muss ich hier Beide erledigen Denn sonst komme ich hier nirgends wo lang Unten steht eine Wache So Ich glaube, der läuft ja immer im Kreis Soweit ich gerade gesehen habe Jetzt kommt der wieder zurück Genau Jetzt wird der Instinkt verbraucht So Hat jemand mitgekriegt Und dann schleppen wir den mal Und verstecken ihn Halt, davon muss ich aber noch ganz kurz hier Schraubendreher Äh, loswerden So Was ist das? Nein Oder? Äh, warte Ich will hier wieder meine Zug Zug-MP, so Und dann müssen wir den hier auch ganz kurz noch Erledigen Was wird das mitgekriegt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Aufschließen Schleppen 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 Alter, fuck Loswerden Loswerden Oh, 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 shit Was Was Leiche gefunden? Was Ich hab sie durchschaut, mal Lass mal eine schwache Hand Q Leer Q W Oh, fuck Jetzt hat er mich auch noch entdeckt Sicher Okay, ich bin sicher Okay Schraubendreher Ich will den Schraubendreher So, warum ich da Tabulator Kein Platz mehr Okay Jetzt wäre hier oben Ruhe Ich gehe lieber mal damit zurück Lücken Da hinten klingt noch was Was klingt denn da hinten noch Da gehts noch weiter Okay, aber wie komme ich da hin Oh, ich sehe nur schonなんです Aufschließen. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Ihr wisst, Hitman ist ein Wartespiel. Deshalb warte ich mal, was die zwei da oben machen. Okay, die waren nichts. Hm. Oh doch, der geht jetzt, der eine. Gäbe es hier irgendwas zum Verstecken? Fuck, nein, gibt es nicht. Alter. Ich kann es nicht mehr werfen. Hm. Da blinkt was. Und die will dieser Bewerb. Werfen. Oh fuck. Oh fuck. Jetzt bin ich sicher, oder? Ich brauche meinen Schraubendreher. Komm schon. Ich muss doch so langsam mal ein Ende haben. Oh. Okay. Okay. Jetzt wird es gleich lustig, liebe Leute. Aber ich warte mal, bis der eine weg ist. Und zwar jetzt. Geil, jetzt ist da hinten mein Ausgang. Wie soll ich denn das schaffen? Oh Gott, sind jetzt alle alarmiert. Zieh den Kopf rein. Ich regle das. Das ist schrecklich. Einfach schrecklich. Jetzt habe ich den weggeschmissen. Toll. Ich voll Spaß gemacht. Warte, was war da? Da war da bloß betreten. Hier wäre noch was zum Bitten. Alter, wie ich mich gerade erschrocken. All die E... Oh, boah. Okay, hier geht es schon mal nicht weiter. Das wäre wohl der Alarmier. Was? Da kommt jetzt einer her. Ach du Scheiße. Wer kommt denn da? Was für ein Spaß. Misstrauisch. Okay, die suchen mich aber noch nicht. Also meine Kleidung ist da nicht aufgeflogen. Okay, wer kommt da jetzt? Ich glaube der da. Okay, ich betrete einfach mal. Um jetzt einfach mal kein Risiko einzugehen. Verlasse ich jetzt sogar. Wer kommt da hin? Oh, ich weiß wer. Leiche gefunden. Der dreht jetzt wieder um. Ne, tut er nicht. Der stellt sich jetzt nicht... Alter. Inwiefern du... Okay, der kommt jetzt. Okay, alles klar. Halt. So. Okay, der dreht jetzt wieder um. Der steht jetzt nicht ernsthaft dahin. Was? Warum kommt der jetzt noch mal? Ich tue das wahr. Oh, jetzt hört man den Herzschlag vom Hitman. Ach du Scheiße. Jetzt sind da noch zwei. Okay. Okay, aber der dreht sich jetzt gerade in die Richtung. Das heißt, es wird schwer, da jetzt raus zu gehen. Boah, was ist das für eine Situation? Alles klar. Okay, der kommt wieder zurück. Das heißt, die gehen jetzt auch bald wieder. Ich habe jetzt mit meinem Fuß angeschlagen. Der eine ist jetzt vorbei. Der andere kommt jetzt auch. Hier. Bam. Da war er. So. Das ist wahrscheinlich wieder eine etwas längere Folge. Schätze ich mal. Okay. So, jetzt geht ihr bestimmt weg. Was? Der kommt wieder? Die laufen jetzt gern... Wollen die mich verarschen? Die wollen... Ihr lauft jetzt nicht die ganze Zeit hier jetzt lang, oder? Boah. Nee, oder? Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Habt ihr alle nicht mitbekommen? Wie kann ich denn irgendwie schleppen? Oder so? Werde? Halt! Hallo? Los werden, bitte. Hm. Okay, gut. Die zwei sind jetzt mal erstmal los. So, ich dennoch kurz verstecken. So. Aber ich hab... Wirklich... Keinen Schimmer, wie ich da hinten... Oder wie ich da unten hinkommen soll. Äh, lol. Hier gibt's auch noch was. Hab ich gar nicht gesehen. Okay, öff... Vergleiten, als was denn? Ach du Scheiße! Das ist natürlich nur die misstrauisch. Aber der kommt natürlich nicht. Okay, dann geh ich da jetzt einfach mal durch. Oh fuck. Das ist nah genug, du Stalker. Leck mir die Eier. Ich hab's geschafft. Jawohl. Aber ich hätte jetzt ehrlich nicht gewusst, mit der Polizeiausrüstung hätte ich wirklich nicht gewusst, wie ich jetzt da rausgekommen... Wie ich da rauskommen sollte. Boah, leck. Leck, alter. Mal kurz die Statistiken angucken. Nicht zieltotes Fall, ähm... Hm, gut. Und dann würde ich erst mal sagen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann war's hier für diese Folge. Ich drück mal hier ganz kurz auf Weiter und sehen, was wir alles freigestellt haben. Nicht viel. Ah, den Mo... Ah, okay, gut. Egal. Und ja, wenn wir mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es hier weitergeht, bei Hitman. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.